Cześć und Vitam hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben heute Samstag, den 10. Oktober 2020. Es ist bei dieser Aufnahme jetzt 10.48 Uhr. Ich mache jetzt dieses Video fertig. Und zwar zeige euch im Video einmal die Demonstration gegen Maskenpflicht und gegen Corona sowie gegen den Shutdown aus Warschau. Ist schon einige Zeit her, aber sehr interessant. Ich zeige jetzt keine Prügeleien, keine Prügelzehen, sondern dass es auch friedlich ablaufen kann. Und zwar gute Nachrichten. Heute um 15 Uhr hier aus der heißen Stadt aus Stettin gibt es auch eine Demo. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Und ich sage euch jetzt schon einmal, ich werde die Demo ab voraussichtlich 15 Uhr live auf Facebook übertragen. Und daraus mache ich dann natürlich auch wieder ein Facebook-Wiederholungsvideo hier für den YouTube-Kanal. Also Freunde, wenn ihr Interesse habt, seid dabei ab ca. 15 Uhr auf Facebook. Wo man mich auf Facebook findet, seht ihr hier unten. Übrigens, da abonnieren. Da oder da, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall abonnieren, Blöckchen drücken, kommentieren. Seid ihr für die Maske oder seid ihr gegen die Maske? Übrigens ist oben noch ein Video verlinkt von gestern. Ja, sehr interessant. Maskenzwang für Schulkinder. Also, wir sehen uns ab ca. 15 Uhr live auf Facebook. Bis später. So, guten Morgen aus Wasser. Ja, es ist Demonstration Day. Ja, es ist lustig, zu sein, als ein Germaner, auf eine polische Demonstration. Aber es ist gegen Corona. Es ist ein weltweit Problem. So, ja, es ist gut. So, ich habe jetzt vielleicht 30 Polis-Busse. Okay. Und noch mehr. Ich hoffe, sie werden uns schützen. Oh, hier, ihr könnt es sehen. 1, 2, 3, 5, 6, 4, 7. Aber ich hoffe, dass alles so gut wird. Und die nächste Polis-Busse. Okay. Ich sehe euch da. Okay, das ist viel Polis. Das ist der Ort, wo wir uns treffen. Ich habe einen Freund, den ich online mitgebracht habe. Und, ja, ihr könnt ihr Deutsch sprechen. Aber es ist gut, dass sie einen Translator haben. Die Stadt ist schön. Da haben wir einen Überblick auf die Leute. Das ist... Ja. Wentber, wenn du schnelliff bescheuert. Ja. Ja. Kinder in der Schule! Kinder in der Schule! Kinder in der Schule! Vielen Dank! Unter Sejmem, ich sage einige Fragen, jetzt danke für die Aufmerksamkeit. Wir gehen zur Ministerstwo Gesundheit! Wir haben noch mehr Leute. Wir gehen jetzt zum Ministerstwo Gesundheit. Die Leute werden dort die Maske zurückgebracht. Sie werden dort die Maske zurückgebracht. Die Leute werden dort die Maske in der Schrauben. Da sind keine Maske hier. Stopp Pandemi! Stopp Pandemi! Stopp Pandemi! Das ist der Minister der Health. Das ist, was die Leute denken über ihn. Bei uns Televiso! Bei uns Televiso! Bei uns Televiso! In Berlin, da waren wir mehr, aber ja. Ja, es ist trotzdem großartig. Ich bin froh, dass ich so viele Leute höre. Der Präsidenten Palace. Ich war es gestern. Die Demonstranten fragen die Pedestrians, um zu joinen. Drei Leute ohne Malkorp in Deutschland. Die Polizei und die Protestanten sind sehr friedlich. Das ist wie die Protestanten müssen. Keine Verwaltungen. Ich bin jetzt in der Front. Blandemia! Was hat sich so gemacht? Der Wiede muss hier sein. Was hat nur in den Städten gehalten. A lot of police along the way. Bres popisem. Bres popisem. Bres popisem. Herr Präsident von Krzysztofa Tołubińskiego! Bravo! Jean-Postol! 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 Demonstration ist vorbei. Was everything peaceful, thanks to the police, to all protesters. So, now it's time to find something to eat and to drink. And after the demonstration is before the next demonstration. Let's see where we'll be on next Saturday. Maybe the next demonstration, I hope. See you!